Für dieses Kunstwerk habe ich extra mein Zimmer umgestaltet. Ich leiste ja sonst meine fertigen Bilder immer an diese Wand. Aber für dieses Kunstprojekt brauche ich ausnahmsweise sehr viel mehr Platz und sehr viel mehr Zeit. Es ist jetzt der erste Tag, an dem ich an diesem Bild arbeite. Und eigentlich habe ich bisher nur dieses Gummibärchen fabriziert. Schreibt schon mal gerne in die Kommentare, wie ihr es findet.